Susanne Benton, 47 Jahre, Mutter zweier Kinder, New Yorkerin, zurzeit auf Besuch in Köln. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Susanne Benton hat Schrott gekauft für 8,48 Mark. Okay, the first thing is the hat, which keeps my hair from burning up. The next thing is the mask, so that I don't die from the fumes. Okay, next is the goggles. Susanne Benton ist Metallbildhauerin. Aus den Schrottteilen macht sie Skulpturen. Okay. 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 purgat freedom. Okay. Okay. Woo Sarah ermisch. Super ist danke. Ho DD relevant. Warm ab. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020